Women Empowerment Program, 7 Steps to Empower Yourself, oder wie wir auf Deutsch sagen würden, 7 Schritte, um dich als Businessfrau stark zu machen. Wir Frauen, wir hätten ganz gern immer 100%. Egal ob beim Partner, beim Job, bei unseren eigenen Fähigkeiten, wir wollen 100%. Wissen Sie was? 51% reichen für eine positive Entscheidung. Ja, bei 51% spricht mehr dafür als dagegen. Wenn Sie also das nächste Mal eine Entscheidung treffen müssen, dann überlegen Sie nicht, passt das auch zu 100%? Sondern fragen Sie sich, wie viel Prozent spricht dafür? Wenn es dann gefühlte 66? 78? 83% sind? Worauf warten? Go for it! 51% reichen für eine positive Entscheidung. Nehmen Sie den Impuls mal mit. Viel Spaß beim Ausprobieren. Schritt 1 ist es, sich die Tipps anzuhören. Schritt 2 ist es, diese Tipps auszuprobieren. Und Schritt 3 ist, den Turbo einzulegen und sich den individuellen Masterplan in einer dreistündigen Beratung zu holen, um erfolgreich als Businessfrau durchzustarten. Und dann die Tipps noch als Coaching-Impulse zu benutzen. Das komplette Trainingsprogramm ist einzeln oder in Gruppen buchbar.